Wenn du mit deinem Shopify Shop international, also in andere Märkte verkaufen möchtest, dann musst du deinen Shop natürlich auch in die richtige Sprache übersetzen. Du hast im Shopify App Store ganz viele Apps, die du nutzen kannst, um dies zu tun. Wir zeigen dir heute mit Translate & Adapt, der hauseigenen App von Shopify, wie du das Ganze kostenlos machen kannst, egal in welche Sprache. Also, let's go! Zunächst einmal zu den Alternativen, die du hast, um deinen Shopify Store in eine andere Sprache zu übersetzen. Die Platzhirsche sind ganz klar Weglot und Langify. Das sind die beiden Apps, die du hier links siehst, aber auch Google Translate, G-Translate ist eine beliebte App zu dem Thema. Diese Apps sind allerdings alle kostenpflichtig. Jede App hat natürlich ihre Vor- und Nachteile. Wir zeigen dir heute deshalb, wie du mit Translate & Adapt eine kostenlose Möglichkeit hast, deinen Shopify Store in andere Sprachen zu übersetzen. Wie gesagt, diese App ist von Shopify extra für Shopify entwickelt worden und stellt das Ganze kostenlos zur Verfügung. Wie gesagt, jede dieser Apps hat ihre Vor- und Nachteile. Der Vorteil der Translate & Adapt ist, es ist ganz klar, es ist nativ für Shopify entwickelt und es ist vor allem kostenlos. Ein paar Limitierungen zu Translate & Adapt. Erstens, einige Drittanbieter-Apps, die du noch benutzt, können nicht von Translate & Adapt übersetzt werden. Bei vielen dieser Apps hast du allerdings die Möglichkeit, diese trotzdem über Metafelder übersetzen zu lassen. Eine Anleitung dafür packen wir dir unten in die Beschreibung. Außerdem, du kannst maximal zwei Sprachen automatisch mit Translate & Adapt übersetzen lassen. Das ist eigentlich ein super Feature, dass du das automatisch machen kannst. Das Ganze funktioniert aber auf der Basis von Google Translate. Und wir wissen alle, dass zum Beispiel DeepL eigentlich so das Maß aller Dinge ist, wenn es darum geht, Sprachen zu übersetzen. Google Translate ist aber für einen ersten Wurf absolut in Ordnung. Du kannst dir Großteile deines Stores automatisch übersetzen lassen und anschließend natürlich die ganzen Texte nochmal überprüfen und das Ganze händisch nachschärfen. Eine weitere Limitierung ist, Rechtstexte werden nicht übersetzt. Bei Rechtstexten, das ist aber ein schwieriges Thema. Deswegen empfehlen wir dir da auf jeden Fall mit Anwälten oder mit einer Kanzlei zusammenzuarbeiten, die sicherstellt, dass deine Rechtstexte national und international auch wirklich rechtssicher sind. Wir können dir da auf jeden Fall die IT-Rechtskanzlei empfehlen. Die hat ein sehr, sehr günstiges Paket, mit dem du rechtssichere Rechtstexte von ihnen erstellen kannst und die haften natürlich auch dafür. Wir packen dir einen Link zur IT-Rechtskanzlei unten in die Kommentare. Jetzt springen wir aber in den Shopify-Admin-Bereich und schauen uns einmal an, wie man Translate & Adapt einrichtet. Zum Übersetzen eures Shopify-Shops klickt ihr jetzt allererstes unten links auf Einstellungen. Dann wählt ihr Sprachen aus und klickt anschließend hier auf Sprache hinzufügen. Wählt dann die Sprache aus, die ihr hinzufügen wollt. Wir testen das Ganze jetzt am Beispiel von Englisch. Klickt im Anschluss auf Hinzufügen. Jetzt erscheint Englisch bei euren unveröffentlichten Sprachen. Jetzt müssen wir die App von Translate & Adapt installieren. Schließt dazu die Einstellungen und gebt hier oben bei Suche Translate ein & Adapt. Dann wird uns eine App vorgeschlagen. Hier klicken wir drauf und installieren das Ganze in unserem Shopify-Shop. Wir klicken hier auf Installieren. Jetzt landen wir sofort in der App. Wir können uns die hier auf diesem kleinen Symbol auch hier antickern, sodass wir die App hier links in der Auswahl an Apps immer erreichbar haben. Jetzt wird hier oben auch schon der lokalisierte Inhalt Englisch vorgeschlagen. Wir haben Deutsch und Englisch. Das sind die beiden Sprachen, die wir in unserem Store haben. Englisch haben wir eben gemeinsam hinzugefügt. Als allererstes, wenn ihr sagt, hey, ich möchte nicht meinen ganzen Store jetzt einmal manuell übersetzen. Das ist viel zu viel Arbeit. Bei vielen Dingen ist es vielleicht auch nicht so wichtig, dass die jetzt zu 100% stimmen. Dann könnt ihr euch hier oben als allererstes eine automatische Übersetzung erzeugen lassen. Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass Translate & Adapt auf Google Translate zurückgreift. Das ist vielleicht nicht ganz so genau und ganz so perfekt wie von DeepL, dem Goldstandard der Sprachübersetzung. Aber es reicht auf jeden Fall aus für einen ersten Wurf. Ihr klickt also dann hier oben auf Automatische Übersetzung. Hier kommen auch noch ein paar Hinweise, nämlich auch nochmal, dass der Google Übersetzer genannt wird. Wie gesagt, ihr könnt zwei Sprachen, bis zu zwei Sprachen automatisch übersetzen lassen. Klickt anschließend unten auf Übersetzen. Achtet darauf, dass ihr hier, hier steht es unten in dem Satz, mit der Nutzung von Translate & Adapt von Shopify auch den Haftungsausschluss gelesen und akzeptiert habt. Klickt dann auf Übersetzen. Jetzt legt das Programm damit los, euren Store zu übersetzen. Ihr seht das hier oben auch schon. Ihr müsst jetzt nicht in der App bleiben, sondern ihr bekommt eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn die Übersetzung fertig ist, an eure im Store hinterlegte E-Mail-Adresse. Das warten wir jetzt einmal ab. Nachdem das Ganze abgeschlossen ist, habt ihr jetzt schon eure englischen Übersetzungen in eurem Store drin. Natürlich könnt ihr das Ganze jetzt noch manuell überarbeiten und einmal querchecken. Ihr habt hier alle eure Sachen, die ihr braucht. Ihr habt Sachen im Theme, ihr habt Sachen in den Einstellungen, ihr habt den Online-Shop, ihr habt Produkt und Kollektion. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal zum Beispiel an einem Produkt an. Wenn wir auf Produkte also klicken in Translate and Adapt, sehen wir hier links all unsere Produkte aufgelistet. Und ihr seht jetzt auch hier, wie das Ganze übersetzt wurde. Ihr habt links eure Standardsprache, die in diesem Shop ja Deutsch ist und rechts dazu die englische Übersetzung. Ihr seht also hier, dass ihr hier die Möglichkeit habt, alles, was übersetzt wurde, automatisch zu überarbeiten. Ihr seht aber schon, jeder Teller ein Unikat. Every plate is unique. Das passt, ja, das heißt, ihr müsst nicht von Anfang an alles manuell übersetzen, sondern ihr könnt euch durch die automatische Übersetzung hier richtig, richtig viel Arbeit abnehmen. Wenn aber irgendwas aus eurer Sicht nicht passt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, einfach alles abzuändern und eben auch abzuspeichern. Das Ganze gilt natürlich für Produkte, aber das Ganze gilt auch für Kollektionen. Wenn wir hier auf Kollektionen springen, dann haben wir hier die angelegten Kollektionen und auch hier die Übersetzungen. Und ihr seht schon, hier gibt es so einen kleinen Fuck-up, nämlich dieses UND-Symbol. Das wird von der automatischen Übersetzung als dieses UND-AMP übersetzt. Ja, das heißt aber hier könnt ihr dann auch ganz einfach reingehen, diesen Fehler eben korrigieren und das Ganze oben wieder abspeichern. Klickt euch dann der Reihe nach hier durch. Hier könnt ihr euch auch sogar in der Navigation, ihr könnt euch alles anschauen, was übersetzt wurde. Wie gesagt, ein sehr cooles Feature, was einem einfach super viel Arbeit erspart. Hier haben wir zum Beispiel in der Navigation auch wieder diesen Unfehler. Auch den können wir dann manuell nachziehen und korrigieren. Das Ganze hier ist jetzt natürlich relativ unübersichtlich. Ja, und vielleicht wollt ihr auch einfach mal durch euren Shop durchscrollen und dann gucken, hey, wo sind hier irgendwie vielleicht Übersetzungen oder, oder, oder. Ihr habt auch die Möglichkeit, Dinge zu lokalisieren. Was das bedeutet, zeige ich euch jetzt. Wenn wir zum Beispiel in unserem Produktkatalog unterwegs sind, ja, und uns ein Produkt einmal anschauen, dann sehen wir hier jetzt natürlich die deutschen Texte, denn so haben wir unsere Produkte angelegt. Was man aber jetzt auch machen kann, wenn man jetzt überprüfen möchte, irgendwie passt in diesem Produkt alles mit den Übersetzungen. Dann kann man hier oben auf weitere Aktionen klicken und dann auf localize oder lokalisieren. Und wenn ich da draufklicke, dann springt er in der Translate and Adapt App sofort an die richtige Stelle. Ihr seht, ich muss dann mich hier nicht irgendwie durchklicken und das Produkt suchen, sondern ich lande direkt an der richtigen Stelle und habe auch hier wieder die Möglichkeit, eben Anpassungen im Produkt vorzunehmen. Das gleiche gilt auch für euren Theme-Editor. Das heißt, wenn ihr gerade in eurem Theme unterwegs seid und wissen wollt, ob an irgendeiner Stelle irgendwas mit den Übersetzungen nicht passt, wie zum Beispiel hier, das sagen unsere Kunden, so eine Testimonie-Section, die wir in diesem Demo-Store hier jetzt eingebaut haben, dann könnt ihr hier einfach an die Stelle springen. Ich habe jetzt hier Lisa 32 ausgewählt und dann habt ihr hier oben rechts die Möglichkeit oder wenn ihr einen kleineren Bildschirm habt, dann erscheint diese Einstellungsmöglichkeit mit Klick hier drauf auf der linken Seite hier. Jedenfalls klickt ihr dann auf die drei Punkte und könnt auch hier auf Lokalisieren klicken. Auch dann landet ihr wieder in der Translate and Adapt App an der richtigen Stelle und ihr habt dann hier die Möglichkeit, die ganzen Sachen, die jetzt zum Beispiel hier auf der Startseite sind, anzupassen. Ja, auch hier könnt ihr die Übersetzungen wieder entsprechend korrigieren. So habt ihr einfach eine super einfache Möglichkeit, euren Store auf einen Schlag übersetzen zu lassen und anschließend falsche Dinge manuell zu korrigieren. Jetzt müssen wir die Sprache aber noch veröffentlichen, denn ihr erinnert euch, sie war noch auf unveröffentlicht. Wir haben jetzt alle Übersetzungen in place, dann klicken wir nochmal auf Einstellungen, klicken anschließend auf Sprachen und können dann jetzt hier auf den drei Punkten die Sprache veröffentlichen. Und jetzt habt ihr die Sprache veröffentlicht. Wunderbar. Wenn man aber jetzt in euren Store geht, dann ist es relativ wahrscheinlich, wenn wir uns das einmal anschauen, dass die Sprache hier noch nicht angezeigt wird. Ich bin jetzt hier in dem Store drin und ihr seht, hey, der Store ist auf Deutsch. Ihr müsst natürlich eine Möglichkeit hinzufügen, die Sprache auszuwählen. Als allererstes gehen wir jetzt in den Theme Editor. In den Theme Editor kommen wir unter Online Shop, klicken auf Themes, wo man standardmäßig auch reinkommt und dann auf Anpassen des Live Themes. Jetzt haben wir hier in dem Theme Dawn, wo ihr die Einstellung findet, das ist immer ein bisschen abhängig davon, welches Theme ihr nutzt, aber in Dawn klicken wir hier oben auf den Header und wenn wir dann hier bei den Einstellungsmöglichkeiten runterscrollen, dann können wir hier Sprachauswahl aktivieren und klicken anschließend auf Speichern. Jetzt sehen wir, dass hier oben die Sprachauswahl erschienen ist. Wir gucken uns das Ganze aber natürlich auch nochmal im Shop selber an. Jetzt haben wir hier oben, die Sprache ist auf Deutsch, so wie wir das gewohnt sind. Und wenn ich hier oben jetzt umstelle, erscheint jetzt die veröffentlichte Sprache Englisch, für die ich die Übersetzungen automatisch einfügen habe lassen und sehe jetzt, dass der Store hier auf Englisch angezeigt wird. Das ist die einfachste Möglichkeit, um euren Store zu übersetzen und ihn in verschiedenen Sprachen darzustellen und anzuzeigen. Solltet ihr international verkaufen, indem ihr Shopify Markets eingerichtet habt. Shopify Markets ist ja eine super einfache Möglichkeit, euren Store zu internationalisieren, unter verschiedenen Domains erreichbar zu machen, unter verschiedenen Sprachen, sogar verschiedene Währungen, verschiedene Preise etc. einzurichten. Also für eine professionelle, große Internationalisierung eignet sich das Shopify Markets oder zu Deutsch Märkte Feature auf jeden Fall auch extrem gut. Was ihr also machen solltet, wenn ihr zum Beispiel, euer Primärmarkt ist Deutschland, ja, und hier verkauft ihr natürlich auch in der Standardsprache Deutsch, ja, Englisch ist natürlich für diese Seite auch aktiviert, weil wir die Sprachauswahl jetzt aktiviert haben. Und darunter ist der Shop dann auch auf Englisch zu erreichen, unter dieser URL. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel auch in einem internationalen Markt verkauft, hier zum Beispiel Europäische Union, der Markt ist jetzt gerade inaktiv, deswegen lasst uns den mal auf aktiv schalten, wenn wir den aufnehmen wollen würden, um dorthin zu verkaufen. Das hat natürlich noch eine ganze Menge Mehreinstellungsmöglichkeiten, Markets, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Hier soll es jetzt erstmal um die Übersetzung gehen. Dann können wir, wenn wir diesen Markt aktiviert haben und diesen jetzt in Englisch als Standardsprache anzeigen wollen, also wenn Besucher und Besucherinnen aus diesen EU-Märkten auf euren Shop kommen, dann klicken wir auf Sprache und Domains. Jetzt sehen wir auf den drei Punkten aber hier, dass wir aktuell Englisch nicht als Sprache oder als Standard festlegen können, denn auch hier ist jetzt bei der Europäischen Union die Standardsprache noch auf Deutsch. Die schnellste und einfachste Möglichkeit, um hier für die EU die Standardsprache auf Englisch zu stellen ist, indem ihr jetzt hier oben in dem Markt Europäische Union auf Domains verwalten klickt und anschließend, ihr seht jetzt nämlich hier, dass die Konfiguration des primären Marktes Deutschland verwendet wird, anschließend klickt ihr jetzt hier in dem EU-Markt auf Unterordner verwenden. Ja, und dann könnt ihr dem Ganzen hier einen Domain-Suffix oder Suffix geben. Da wir hier den EU-Markt haben, würden wir jetzt hier einfach mal EU eintragen. Und dann seht ihr, was jetzt hier mit den Domains passiert ist. Wir haben unsere Domain in deutscher Sprache für den EU-Markt. Wir haben unsere Domain in englischer Sprache für den EU-Markt. Jetzt können wir Englisch als Standardsprache für diesen Markt definieren. Dazu klicken wir auf die drei Punkte, klicken hier auf Standard festlegen und Leute, die dann aus der EU, aus diesem Market, aus diesem Markt bei euch im Store shoppen, sehen die Standardsprache. Oder Englisch. Das war's. So easy peasy habt ihr euren Store in eine andere Sprache übersetzt. Die ganzen YouTube-Tutorials und sowas, die ihr kostenlos von uns hier findet, die sind natürlich nur die Spitze des E-Commerce-Eisbergs. Und alles, was zu einem erfolgreichen E-Commerce-Business gehört, ist natürlich noch viel mehr bei diesem Eisberg alles hier, was unter der Wasseroberfläche ist. Und wenn du unsere YouTube-Videos schon feierst, dann wirst du auf jeden Fall feiern, was wir in den letzten zwölf Monaten aufgebaut haben. Denn unsere Vision ist es, eine der besten Online-Communities für angehende E-Commerce-Unternehmer und Unternehmerinnen im deutschsprachigen Raum aufzubauen. Und das haben wir tatsächlich auch schon gemacht. Wir haben eine Community, in der du von Experten, von zertifizierten Shopify- und E-Commerce-Experten lernst, wie E-Commerce wirklich funktioniert. Unabhängig von dem, was dir die ganzen Gurus mit schnellem Reichtum da draußen versprechen. Du kriegst hier wirklich fundiertes E-Commerce-Fachwissen von echten Experten aus der Branche. Wir teilen dort Insights und Strategien und geben dir die mit an die Hand, die immer up-to-date sind, die erprobt sind aus der Praxis, mit denen du erfolgreich sein kannst. Außerdem unterstützen wir uns in dieser Community gegenseitig. Es sind alles Gleichgesinnte, die einfach Bock haben, ihr eigenes Ding zu machen, die Bock haben, richtig im E-Commerce durchzustarten. Wir feiern unsere Wins zusammen. Wir unterstützen uns bei allem, wo es nur geht. Wir wollen gemeinsam wachsen und erfolgreich sein. Damit du auch mal siehst, wie das Feedback der Teilnehmer ist, das sind inzwischen schon weit über 100, die teilgenommen haben an unserer Community oder in unserem Programm am Start sind. Das ist einfach überragend. Und das ist was, was uns besonders stolz macht. Wir haben eine 97% Weiterempfehlungsrate. Die Leute erreichen mit uns teilweise massive Umsatzsteigerungen, ohne auch nur einen einzigen Euro mehr im Marketing auszugeben. Vom Basic Fundament, was du brauchst, um jeden Preis erfolgreich zu sein, bis hin zum Online-Shop, der wirklich, wirklich optimiert ist und verkauft, bis hin zum richtigen Marketing-Kanal. All das teilen wir in unserer Community, teilen wir in unserem Programm mit euch. Und ich denke, das Feedback spricht dir eine klare Sprache und da sind wir tatsächlich auch sehr stolz drauf. Wenn das für dich interessant klingt und du Bock hast, dabei zu sein, dann check unbedingt den Link unten in der Beschreibung aus. Dort findest du alle wichtigen Infos zum ICOM-Unternehmerprogramm. Das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Robin von Next Level ICOM.